Jo, meine Leute, herzlich willkommen nach irgendwie einem halben Jahr wieder zu Smash. Wir haben Bock auf Smash und deswegen spielen wir Smash. Im Hintergrund ist Benni, mit dem ich in letzter Zeit sehr viel aufnehme. Und irgendjemand vom TS, ich kenne dich, hallo Julian. Oh, scheiße, dein Mikrofon ist echt scheiße. Aber wir haben Spaß auf dem TS, Jungs, und deswegen spielen wir. Gerade haben wir ein paar Matches gemacht, da habe ich zweimal gewonnen. Was ich sogar ganz lustig fand, weil normalerweise bin ich der übelste Noob. Aber schauen wir mal, wie es in Zukunft ist. Wir haben nur zwei Matches gemacht. Ja. Oh, Alter, aber das tut echt weh in meinen Ohren. Ich weiß nicht, ob ich das so auch... Ja, wenn Julian, lass es dir mal, wenn Julian ja nichts sagt, dann passiert das. Julian, ich glaube, du müsst dich muten, weil sonst... Ja, ich weiß, warte, dann... So ist es besser, ja. Dann rede ich ein wenig weiter, oder... Jetzt ist es auf jeden Fall besser. Oder außer Dauerhaftung was sagen. Dann rede ich ein... Erzähl uns eine Geschichte. Da war ein Junge, so ein Junge an unserer Schule, der verkauft immer so Drogen, ne? Das habt ihr vielleicht nicht an eurer Schule, aber... Eine Mutter? Nee, ich bin ja der Junge, der die Drogen verkauft. Oh nein, ich bin... Oh, Alter. Oh, Alter. Und... Ja, weiter mit der Geschichte hier. Du darfst dich nicht auf den Kampf konzentrieren, was du willst, wer du bist. Und da darf... Der Typ, ähm... Den haben sie halt gefunden, ne? Das war... Einer, der kommt aus dem Nachbarstadt und, äh... Der versucht halt... Das ist nicht sehr gesund für die Kinder. Das ist... Nicht... Es ist nicht gut für die Kids. Und wetten wir jetzt, Ecke, verliere ich durch den Zuschauer-Effekt. Ich verliere... Wetten wir durch den Zuschauer-Effekt. Vor uns habe ich die ganze Zeit gewonnen. Boom! Ja, ich überlebe es aber. Boom! Da rein. Nein, was macht ihr? Ja, schlechter, lasst mich! wieso schießt das durch die durch das ist der scheiß vorführeffekt vor uns die ganze zeit gewonnen da kann man gar nicht ja genau schießt ich halte mich jetzt hier raus ich möchte nicht sterben lassen muss was sagen julian ist ganz gut wenn jetzt hier uns was über deutsche politiker ist nicht diese merkel los bekämpft euch nein geh weg ich will nicht ich habe zu viele prozente jetzt höre ich gar nichts mehr ok ist julian tot beziehungsweise seine audio qualität ist tot es war gerade ein kurzer lag das war scheiße nicht dass er in julians internet gerade nichts irgendwas ist deswegen sagt er nichts bis bist du spieler du bist der warte mit julian fokus mich die ganze zeit geh weg mann nein kommen diese ein millimeter man ich bin gar nicht mal so schlecht dabei ich muss eigentlich nur noch muss ich muss mich eigentlich nur noch um einen kümmern wir müssen sich über julian kümmern weil er so ein arschloch ist julian ist tot ja komm wir töten julian der mit seinen scheiß dingern immer natürlich für dich niemals jemanden fokus ne kommst du da drauf nein falsche richtung alter alter geht weg mann lasst mich in ruhe wieso funktioniert das nicht was ich versuche 88 prozent okay übertreibt ist oh lol wir müssen auf julian gehen der trifft uns echt hart ich muss meine attacke rauskriegen ja da kommen auch lecken scheiß leck mann lol dankeschön schau julian heilt sich die ganze zeit aus nee es reicht mir jetzt wir müssen jetzt auf julian geht er hält sich die ganze zeit raus und kriegt dadurch kaum schaden schau du musst auch auf ihn gehen man geht auch auf ihn mit aber dann kommst du in die quere siehst du er ist voll die posti der kehrt siehst du greif mich doch nicht an mann greif ihn an wir müssen jetzt den angreifen der der macht viel zu viel schaden der wird uns so was von fertig machen wenn das so weitergeht sehr gut warte ich kann ich ja dich muss ich muss ihn angreifen sonst haut er ab und macht uns alle kaputt ja okay wir dürfen aber auch nicht team das wäre unfair auch fakt das war scheiße gespielt aber ich überlebe ich bin genntank nein ein millimeter so wie der schwanz von ihm man das ist auch so unfair hast du gesehen 1,0 millimeter daran vorbei egal es war ein cool spannender kampf obwohl ich am anfang echt verkackter der kampf gerade aber das war echt glück man das war echt glück da kannst du nicht dafür oder es war doch pech hast du gar nicht gesehen werden was man nie war nein wird mir dies kiesel wird wartet muss mit chef koch kommentieren das wollen die kids nicht das machen wir später wieder das ok ich habe jetzt dieses outfit von diesem typen genommen das sah nicht unbedingt der jugendfrei aus alter wie ekelhaft ist das denn ekelhaft ich habe gerade das ekelhafteste kostüm mit character gefroren was es gibt guck es dir einfach an und dann das ist wahrscheinlich ein bild von dir oder nein das ist sinn mehr will ich dazu nicht sagen ok das hört sich eh schon erotisch genug an keine sorge das macht mich an so es ladet die dieses out der fag sei das ist das ist der jahr und children watching was ist das jetzt jetzt bin ich eh wieder der konter bastard der einfach nur kontert die ganze zeit das ist so ein scheiß charakter der ist nur erfunden worden um mich zu nerven nicht offen ich hasse die hühner es gibt nichts was ich mehr als als diese hühner weil ich konnte die hühner nicht so der hieber ganz geil stirbt die hühner los die hühner gehen auf ihn was machst du dahinten wo ist denn runter wieder ich hab mich da runter gehauen also ich glaube nicht mal machen wir nur bettel ich gegen dich okay so nun bin ich gar nicht wobei das hat gesehen gegen mich selber das war ein hiebmann das war ein vollstreckung alter ja ja das hat er verdient diese bitch das hat er sowas von verdient immer mit seinem scheiß auto ich hasse dich so sehr du glaubst es nicht ja so wie wieso wie du mein spaß aber das knapp was war das für ein ultrasmash was bringt egal wir müssen julian töten alle die hüder sind so du bist schon tot ja wegen der jetzt habe ich mich verklickt diese scheiße wieder doch das nehme ich schon das war schon lustig nur weil ich immer das war so unfett diese scheiß hühner ok leute das war es von dem video zwei kämpfe ich habe zwar beide verloren aber es war schon lustig also wir sehen uns neuen aufnahmen schaut bei sarah talks und so vorbei bis dann tschau